so und da bin ich wieder bei einer weiteren folge mein kraft hegegeben sie habe ich bin auf dem melden games server bis zur formalen Mellon und ja diesmal mit kleinen Testaufnahmen wegen Schädel ob das so in Ordnung ist sie bitte weg gehen ja ich bin jetzt gerade ich habe es gab es früher angefangen aufzunehmen drauf niemand das und wird mit dem Spiel Hoho ich fühle mich so alleine Tisches und Zombie Stürb Stürb Mann wie es will denn die Mathe mit dem Spiel ist sehr fies Zombie fühlt sich auch so alleine mit mir Monsterjäger die Fertz um Schussgassungszeichen es gibt 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 Ende des Reis was kommt doch jemand so kisschen schädlich ich bin spontan andere Runde eine andere Arena die frei ist wir können ja auch mal Glück da wartet das macht diese Blöds aber ich möchte jetzt die Einleitung eigentlich nicht für Soundsticks sehen wir uns gleich wieder, bis gleich so, da bin ich wieder, ich habe eine Arena gefunden, eine sehr hübsche Arena und zwar Arena 3 doch nicht 2, ich nehm 3 so, es geht los, ich bin gerade gejoint und sieben Leute sind hier gerade drauf äh ach man ey ach ich bin heute 101 Jahre alt richtig geil so mal geht es los, soll ich voten, die Schlüsse hier drauf kommt, kommt alle in 3 kommt alle in 3 ausrufezeichen kommt alle in 3 sofort kommt alle 3 2 ich hole mir ein Knoppers das ist so, wenn man frühmorgens aufnimmt, dann spinnen alle immer bisschen rum ok so, wann geht es jetzt los hier, das muss doch immer mal losgehen Mensch die Map ist aber ein bisschen ja, mit mehr überfüllt ganz viel mehr ok, 20 Sekunden oh nö, jetzt Schiffs, muss ich verarschen so toll es ist ja wunderschön, dass es jetzt regnet ich fühl mich so bedrückt, wenn es regnet so 1 los das ist aber, weil wir erst laden müssen, wenn dann die Kisten öffnen wir müssen jetzt immer erst laden wenn ich das erste Mal so eine Kiste öffne, wenn ich das erste Mal so eine Kiste öffne, wenn ich das dann muss ich das erste Mal so 5 Stunden laden so voll ätzend auch mal Regen ist blöd das gefällt mir nicht Regen ist scheiße vor allem wie hessig das aussieht ey, wisst dich Fick dich Pierre 0607 weil es sind ja alle gut gelaunt so so Regen das ist ja scheiße äh gibt's ja auch irgendwo mal Land also Schwede oh ist ja langweilig die ganze Zeit nur so blöd rumschwimmen das ist ganz wie ich so ah, so hab ich das ok ok, ich hab da hin zu diesem weißen Fleck ich hab ich grad mit der Hand auf dem Monitor gezeigt wo ich hin nö, ach Gott, nö da ist ja, sie ist im weißen Teil gehe ich jetzt du 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 ein wenig langweiliger Staat ist weiß aber kann nichts machen ich glaube es erkältet wie man vielleicht ein bisschen mehr das ist ein bisschen verschlossen so da haben wir noch Festland der Regen soll aufhören erst wenn ich ein Land bin werde ich den Regen bei Optifine ausstellen vor allem hat sie gar keine Schatten wenn es regnet sieht ja hässlich aus ist ja echt hässlich so wo ist das denn stars sch rein auf wo ist das 20 auf 14 so vorgeheßlich gibt es auch ziehen das schild aus wüste regn alle Regen sich scheiße oder muss man ehrlich muss sagen wie es aussieht auf dem Minimed, diese drei riesige Pyramiden, das ist schon nice, so, zack, ja, haben wir hier ein bisschen Rüstung, so muss das sein, hier Lederstiefel, ein bisschen falsch, ja, nein, I woulds Wort scheiße, hab ich hier geliefert, so, gehe ich gleich auf die nächste Pyramide, das erscheint überall immer Truhen oben, das passt mir ja gerade recht, diese drei Truhen hier abzusahnen, und, ich glaube, da vorne erwartet uns ein Diamantschwert, das weiß ich irgendwie, scheiße, ich hätte es ja mal versuchen können, aber da hinten ist dafür ein Diamantschwert, du, 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 du ein Holzschwert, na immerhin etwas hier womit man sich verteidigen kann wie viele Level ich hab ganz viele Level oder ist einer mit einem mit gar nichts 8% der Montage ist aber es muss das gehen aber ein Schwert hat er wie es scheint aus alles mehr die Uhr hatte da alles aufgewollt das tut mir aber leid für dich hat der liebe Timo Kei Dicke Leute hat Eisenschwert ab der Fall ich bekämpfte ist einfach kommt es ist scheißegal ich habe besseres Geld als der viel besseres Geld ich hoffe dass du einfach weg ja da ist mein Maikant abgeschmiert falls du die Folge siehst so stirb jawoll Eisenschwert haben und Eis das ist das leichteste leicht verdienteste Eisenschwert was ich je hatte richtig cool ja stirbst so da hatte ich keinen Bock mehr als mein Kampf abgestützt ist dachte ich ach leckwisch kommt ist doch scheiße so tippt tippt hoch und theoretisch kann ich auch immer selber gucken ob sie schädel ruckelt oder nicht weil wenn ich jetzt hier 40 es hat guckens auf YouTube ja eigentlich auch ne 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 aus net he ne 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 2 so so abgesetzt ist es nicht mehr es macht mich scherlich die wer wusste wer essen so Brustplatte ist es das so komisch wenn man mein Kraft spielt das ist es bei mir ist so wenn ich auf den Boden kann ich manchmal weniger FPS als wenn ich nach oben das ist immer ganz unterschiedlich wenn ich in Himmel guck ja da hab ich jetzt nicht mehr FPS wie komm ich dann da noch am besten hoch so vielleicht nicht da jetzt geht es gar nicht schade das ist das da möchte ich nicht hin wo haben wir denn steckt aber es ist theoretisch eigentlich recht gut ausgerüstet das heißt ich gehe jetzt in diese Richtung in diese Richtung wird der Horizont uns kreuzen WTF Hüter Hüter wird uns kreuzen es auch sehr so einmal hier lang gesprintet so die ganze Zeit und sich auch die ganze Zeit dieser Scheiß verfickte Regen ganz ehrlich der ist Scheiß so ich gehe da hoch hier lang das bringt mich jetzt noch so weiter vorhanden was ich gesagt dass wir schon das ist eine Testaufnahme ich möchte auch es wäre halt wirklich auch cool wenn ihr die Kota schreibt ob es euch stört wird so ein bisschen ob das kein Problem ist oder ob das sogar gute Qualität ist von Ruckel her also ich werde aber schon wenn ich im Wasser bin dann sinken die hier das Schlupfen regt mich auf so da will noch ein Trüscher zwei Trüscher noch so zack nichts mehr drin super da oben aber vielleicht ja wer da nichts drin war dann ist hier auch nichts drin so da gehe ich jetzt mal Richtung Festland jo da ist das Born ich kann ihn sehen er ist so nah und doch so fair weil ich mit Optifair hat so das passt voll der Spruch irgendwie so so ein bisschen langweilig hier als die Map ist jetzt nicht die beste Map weil wir da muss man muss so lange schwimmen so das ist so ein bisschen ja zeitzieht wo man über so lange schwimmen muss ich habe jetzt meine Sache also wie hält es hier mit Shaders übe WTF naja ich glaube auf YouTube sieht man grad eh wenig ne Mäßes Decklicht macht aber du wirst dich verarschen jetzt hab ich mich schon verdient angegriffen dass ich mein Glück kenne federfall schusssicher nice werden hier die Kisten aufgefüllt weiß ich nicht so wo seid ihr denn alle ist echt beschissen dass hier die Blitze aus und richtig beschissen ich kann nicht immer da hoch gucken und da vielleicht doch irgendwas ist so hier hoch zack so 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 hier war doch der Trubel oder nicht oh hi lol die ist doch voll alles feine Feile keine Feile das gibt es ja nicht Flick Lerberto starte so zack jetzt ist hat das aufgehört wie schön so welche welche Arita ist das denn ich ist Prozent ich glaube treu das dies die Lüse kommt zu sporn klasse ist kommt es kommt zu mir zu Kerstin Wien ein Wurzungshof gleich im Level Schuss abgebaut das kriege ich auch nur weg ich könnte was auch so gehört der Spektätet wie ich Elber bist du Stülp aber meist jetzt kommt zu sporen zusammen jetzt kommt es dauert jetzt siehende es ist ein Louis still schaffte rosa gehabt ich habe die weltfriede in der hand tatsächlich rosa kann ich widersetzen okay das habe ich nicht gewusst auch Interessant zu wissen Bord kommt zum Sportmann es wird langweilig jetzt kommt doch jetzt kommt doch her ich muss dich ich jetzt kommt doch endlich hier so es war okay ich habe ich dachte es ist gerade gut wenn ich sehe Prozent so Oh jetzt soll es zu echt mal kommen jetzt kommt doch zu ich hab auch wie mein Lieblingslied aber ich hab auch grad keinen Bock drauf irgendwie egal wie lass es laufen so jetzt kurz zu spawnen kommen zu uns vor Ort 3 jetzt ehrlich war das was verkommen kommt zu zweiter das ist der Abfall 3 das ist so aus es ist es ist ja es ist ja nicht so wichtig ich weiß es nicht als Schweizer 10 in in den Hange geht wie tot also jetzt kommt doch zum Sporn wisst was wir machen das so ähm ich dachte die Aufnahme wieder wenn ich ihn sehe und ja wir sehen uns gleich wieder wenn ich ihn gesichtet habe bis gleich so da bin ich wieder ich hab grad gemerkt dass die Kisten ja neu aufgefüllt wurden und ich mir jetzt die Pfeile raus hole ja ich schätze voll verplant es hat schon wie ich war aber ganz ehrlich ich habe es war glaube ich zwei drei vier Minuten gewartet und der Jett Stülken hier der beobachtet ein bisschen hier was so Sache ist und er hat gesagt er ist so ganz am Rand und Map ist nicht schön oh wie schön die Sonne doch ist ähm das sieht doch wie voll geil aus mit dem Bär da hinten und dann geht's ah 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 ich will nicht sterben epischer Kampf im Sonnenaufgaben jetzt seht ihr auch mal den Shader wenigstens jetzt ist das ganz kurz geruckelt Uah stirb da ist er nicht so wo bist du denn jetzt komm Alter Junge Lachser wird es echt scheiße von dir wer will es golben ich will nicht skypellen als jetzt kommt noch was sie ist Flucht der 2 auch Gottes Willen ich habe Angst er sollt sich und wenn er jetzt sagen würde gleich wo er ist es wäre ein bisschen blöd ich glaube hier einfach hier oben das kann ich dich hochschade her wo bist du denn i can't see you ich filme in Arena 2 sehr originell muss man ja lassen ich filme das ist nice das sag ich ja auch mal ich will mir da wieder zwei das ist der spiel und kommt der Fall wieder nach Hause bist du jetzt mal jetzt als ich hab kein Bock mehr auf dich zu warten hoch 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 wohl wieder so eine mongro riesige fucking Folge wo ist der denn Spawn Spawn das war so warm das werde ich verliert, das werde ich verliert, das werde ich verliert nein scheiße oh ich hab verloren oh ich hab verloren das ist schade naja gut immerhin eine etwas gute Folge hier ja ja ich verabschiede mich für diese Folge ähm und schreibt zu den Kommentaren wie ihr das mit dem Shader findet ob es arg laggt als ob es für euch jetzt zu wenige Frames sind das ist Gewinner der Gewinner Otto K16 das ist Glückwunsch ja ich verabschiede mich und ja wie gesagt schreibt für die Kommentare wie ihr das findet mit dem Shader ob es zu arg leckt oder ruckelt sagt sie bitte Bescheid das ist wirklich sehr wichtig für mich und natürlich würde mich der Bewertung freuen logisch auch über die Shader und ja wir sehen uns in der nächsten Handelgames Folge wieder bis dann sage ich tschau